Die Schulzahlerkarte vom Altennehmer. So viel, fertig. Sehr gut. Bei der Schule haben sie genug getan. Ja. Das ist so schön. Der Begnis ist sehr niedrig. Ja, das war ja klar, weil sie sagen, in der Schule lernt er alle 100 Jahre trocknet aus. Der ist ja schon 30 Jahre überfällig. Und das mit ihm warnt, das ist sowieso eine Frage der Zeit. War das denn die Fotos? Ja, ja. Er hat sich fast mittleren gekriegt. Na, heuer ist es gar nicht schlecht. Das waren ja vielleicht 1,8 mm die letzten 8 Wochen. Nein, in der Wüste hat es 5 cm in der Teil des Todes, haben wir gesehen. Aber das kommt heute noch vor ein paar Tage rauf im ganzen Jahr. Ja, schön. Ich meine, du hast das Gesicht gepasst fast alles. Du hast schon eigentlich gekocht, aber nicht belohnt, falls du dort geholt. Das ist halt deine Frau. Aber das schaut cool aus. Ich war schon gut, ey. Ja, war schön. Was soll die Brille? Jetzt kannst du den jungen Leuten... Ja, ich war schon auch noch. Aber darfst du die essen? Die Graugentien schießen, das tut es an die geschützt. Ja, kann ich. Ich bin schon mal mit ihm. Ich bin schon mal mit ihm. Ich bin schon mal mit ihm.